qualifying ich bin ja jetzt als senior 2 eingetragen das ist jetzt glaube ich die dritte stufe und wird mal sehen was für ein gegner sich da findet ob das wieder ein bot ist oder ein echter mensch mal schauen das senior 3 also die dritte stufe von senior mein gegner jemand der also schon mehr punkte hat als ich mal gucken wie das zeitlich sich auswirkt ich verdrehe mal den würfel so wie es hier angegeben ist dann habe ich 15 sekunden um mir den würfel anzusehen rot und blau müssten nebeneinander kommen also bei weiß und rot orange blau rot ok los geht's grün und orange grün grün-orange grün habe ich hier gesehen blau rot ist hier und grün-orange sehe ich gerade nicht raus brau müsste ich suchen und grün-orange den ersten würfel habe ich beendet in 34 44 7 sekunden und wenn der jetzt bei 41 irgendwas stehen bleibt dann wäre das ein bot ist es aber offenbar nicht ist eine andere zeit und jetzt steht das nächste scramble an für wie geht's los b d 2 l strich und jetzt die inspektionszeit hier ist weiß rot grün und grün-rot blau und blau rot die blau kommt vor ok los geht's und orange blau ist da rot oder grün grün nehmen wir mal jetzt habe ich 37 sekunden gebraucht aber er ist schon der gegner ist schon weiter also er braucht länger 49 sekunden damit habe ich die zweite runde gewonnen und das sieht gut aus dass ich diesen wettstreit gewinnen kann und los rot-orange gegenüber ja dann mal los orange blau und dann habe ich hier noch grün rot grün und dann ist nichts mit gelb nichts mit weiß hier habe ich orange blau rot ist daneben an und grün orange ist da drüben und jetzt habe ich hier diese ecke ok ab 35,8 sekunden gegen 38,5 ungefähr das heißt die dritte runde habe ich auch gewonnen und dadurch 8 plus punkte bekommen nicht schlecht naja ok jetzt mal hier weiter wieder zurück mal gucken was dann angezeigt wird 35,9 ungefähr ist mein durchschnitt und 44,28 der durchschnitt des gegners und jetzt habe ich hier 265 von 300 punkten schon ja also die sind heute schon wieder ein bisschen haben schon ein bisschen zugenommen wieder die punkte Abonniert Abonniert